Willkommen zurück! Ja ist doch richtig! Ja ist doch richtig! Ist richtig! Ist das Spiel allen abgeschmiert? Ja Codemasters! Läuft! Sag doch! Buckmaster! Ja, aber dann müssen wir irgendwie einen von euch adden! Damit ich mal reinjoinen kann! Ist ja nach ihr alles gleich am Laufen! Du kannst mich schlafen! R4PO! 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 Ich dachte Rappodopolos! 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 Rappopopolos! Dein Name ist auch Rapp! Ich find Rappinia besser! Passt doch besser! Hi! Rappinia, ich bin ja bei Bayern! Momentan ist es ruhig auf der Strecke! Vielleicht sollten wir eine Strecke absolvieren! Na nein! Na nein! Ist gut! Ja, kapier jetzt! Haha! Morgen musst du auch bleiben! War noch! Ja! Ja! Da haben wir noch ein paar Fragen! Ja! Wo ist denn das denn? Ja! 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 Ja, schnell durch die Reise. Ja, weil die Fahrer 10 Minuten und 20 Minuten sind. Mit der neuen Startzeit sind die Temperaturen jetzt vielleicht niedriger als früher, aber wir sind immer noch in der Wüste. Der Grip wird nicht konstant sein bei dem Sand, der auf die Streckenoberfläche geweht wird. Und ein Kürzesteem wird etwas verstopfen. Ach, dafür kommen wir noch mal Leuchttaten. Die sind zuerst betroffen. Das ist das erste Mal, dass wir wirklich kalt sind. Danke für die Weltkrieg von Vorrauflagen. Ja, ey. Dass wir es genauso haben, wie die Uhr war, und wenn ich das immer sage, dann müssen wir es aufgelesen. Ja, dann haben wir es aufgelesen. Ja, dann haben wir es aufgelesen. Das war okay. Wir haben nur drei. Doch das war 1 bis 1. Wir haben eine G5-Fahrrad-Empfehlung. Das war eine gute Lippfrater-Empfehlung. G7-Fahrrad-Empfehlung. G7-Fahrrad-Empfehlung. Ja, die... Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas älert. G7-Fahrrad-Empfehlung. Also, Bungespieg. G7-Fahrrad-Empfehlung. 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 Ich habe mein G7-Fahrrad-Empfehlung gebraucht. G9-Fahrrad-Empfehlung. G9-Fahrrad-Empfehlung. Ich habe auch noch ein Film, von X-Fragl-Empfehlung. Nein wir haben X-Fragl-Elite. Kann ich euch unterschreiben! Der hat X-Fragl-Empfehlung. Da hab ich jetzt einmal halbjahre in den Termin, so ein Stück perfekt. Ja, also ich denke, ein G27 müssen wir bleiben, als ich bin so am besten Auto. Und fahren alle Brüder liegen für alle Regionen über den Scheißboment. Ja, ich fach den noch auf den Einglade von der Flügel und ich bin schon gleich. Danke! Der FF4F4! Kannst du dir FF4F4 hochgestellt? Meine Därmste! Beratung! Also, dann zufällig aufs Kurs! Damit wärst du jetzt der bisserl Schnellst in dieser Session! Ach so, nee, dann kannst du ja gleich mehr! Das war aber jetzt so ein Zeratweg! Mach weg! Okay, ich probier's! Da ist weg! Da sehen keine Leute, die fast 1000 sind! Mach weg! Alle 10 auf den Weg! Ach guck! Da muss auch immer Weltreis haben! Oh ja! Drittes werden! Das ist feierlich für die Weltmeister auch! Ja! Ja, ich hab hier einfach mal 1000 gespielt! Was? Ich hab hier einfach mal 1000 gespielt! 1001! Wer hat 991 gespielt? 1001! Wer hat 991 gespielt? Wir fahren schon! Wir fahren schon! Wir fahren schon! Wir fahren schon! 5 Minuten Sekunden zu spät! Ich bin doch verarscht! Wir fahren jetzt etwa 5 Kilo Benzin übrig! 5 Kilo Benzin! Wir fahren dann gleich nochmal neu! Wir mussten nur gerade nochmal neu starten! Wir mussten nur gerade nochmal neu starten! Einmal die noch mehr abziehen! Da hatten wir dich angestuppst! Da bist du kurz zu spät! Wir werden jetzt gleich starten wir nochmal neu! Und fahren jetzt! Aber jetzt starten wir nochmal neu! Psst! Das ist der Frechweinste! Ich glaube es hat er gerade angezeigt! Das muss sein! Oh! Da war an der dritten Stelle so eine 1! Ja! Dann muss ich auch mal was machen! Mann! Ne, war ein Kanzlerkopf! Mann! 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 Das war's, das war's, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020